Die Menschen bei uns in Bayern leben und arbeiten ganz unterschiedlich. Auf meinen Touren durchs Land nehme ich mir immer mal wieder einen Tag Zeit, um diese Vielfalt kennenzulernen und um mitzuarbeiten. Heute war ich im Kalmar-Museum in Ismarming. Das ist ein echtes Kleinod. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Museum und ich habe mich richtig auf diesen Tag gefreut. Wir sind ja in Bayern sehr stolz auf unseren wirtschaftlichen Erfolg. Zu Recht, aber das ist eben nicht alles. Ohne Kultur, ohne Musik, ohne Kunst wäre unser Leben ärmer. Deshalb müssen wir die Kultur fördern, nicht nur in den großen Städten, sondern überall in Bayern. Dort, wo sie direkt bei den Menschen ist, in kleinen Orten, auf dem Land. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich will die Menschen unterstützen, die Kultur machen, die neue Perspektiven schaffen, die Bayern mit ihrer Kreativität richtig bereichern.